Das verspannte Clemfix Rollo Top von Lichtblick ist eine gelungene Kombination aus Sonnenschutz und Fensterdekoration, das sich schnell und einfach montieren lässt. Stecken Sie im ersten Montageschritt die Klemmträger zusammen und entfernen Sie dann die Schutzfolie von den Klebepads. Stecken Sie alle vier Träger in gewünschter Position auf den Fensterflügel und drücken Sie diese fest. Die beiden Bediengriffe werden mittig, oben und unten an der Profilschiene befestigt. Verbinden Sie nun die unteren Spannschuhe des Clemfix Raff Rollos Top mit den unteren Klemmträgern, rechts und links. Schieben Sie danach das gesamte Paket auf die unteren Klemmträger und spannen Sie die oberen Schnüre des Raff Rollos jeweils links und rechts nach oben. Verbinden Sie zum Schluss noch die oberen Spannschuhe des Raff Rollos mit den oberen Klemmträgern. Sollten Sie die Schnüre kürzen müssen, so ziehen und öffnen Sie die Knoten rechts und links vorsichtig aus dem Spannschuh. Verknoten Sie die Schnüre neu in gewünschter Länge und schneiden Sie die überstehenden Schnüre ab. Alternativ kann das Clemfix Raff Rollo Top auch mit Raff Rollo Haltern direkt im Fensterrahmen befestigt werden. Nutzen Sie dafür die vier Raff Rollo Halter und die vier dafür vorgesehenen Schrauben. Positionieren Sie die Raff Rollo Halter oben und unten auf der rechten und linken Seite und markieren Sie sich diese im Fensterrahmen. Nachdem Sie in die Markierungen Löcher gebohrt haben, können Sie nun alle vier Raff Rollo Halter zusammen mit den mitgelieferten Schrauben auf dem Fensterrahmen befestigen. Die Besonderheit des Clemfix Raff Rollos Top von Lichtblick liegt in der Einhandbedienung. Es kann komplett und ohne Zugvorrichtung in die gewünschte Position bewegt werden und hält dort automatisch in jeder beliebigen Höhe, wobei die seitliche Verspannung den problemlosen Einsatz an Kippfenstern ermöglicht. Okay. Vielen Dank.